Es ist sehr mysteriös. Es ist eine Frage, auf die wir keine gute Antwort haben. Das ist die ultimative Frage. Das ist knifflig. Je mehr du dich mit Quantenphysik beschäftigst, desto mysteriöser und erstaunlicher wird es. Die Frage ist, wie weit möchtest du ins Ungewisse vordringen? All dies ist nur eine große Illusion. Beeinflussen die Menschen die Welt oder Realität, die sie sehen? Darauf kannst du wetten. Was ist Realität? Was ist die Realität? Hast du schon mal überlegt, woraus Gedanken macht? Es ist so mysteriös, dass es unerklärlich ist. Der wahre Trick im Leben ist nicht zu wissen, sondern zu rätseln. Denk mal darüber nach. Entdecke den Film, der deine Augen für neue Möglichkeiten öffnet. zu einem Menschen�ut, der eigenen confrontiert. 14. 25. Wollower Are competen Sie! 23. 22. 25.